also von mir aus können wir das mal kurz ausprobieren kann ich hier kurz ein dings weg machen eine reihe was fragt erst was das wasser läuft dann raus sowieso ich wollte tatsächlich oder die helligkeit deutlich vermindern wenn ich selber wenn ich hier zugebaut habe ist es da drinne dunkel genug uns kommt dann noch eine zwettigseidings drauf keine sorge sollen wir hier im dunkel stehen oder hier kommen wir dann auch wieder lampen rein wenn oben das hier zu ist ja und hier im vorraum landen sind spawner drinne trotzdem mobs aber ich muss erst mal gucken wo ich dann hier den aufgang mache zur nächsten etage weil oben sollen ja dann auch noch mal so eine dinger hinkommen hier so eine wand hier ist ja keiner warte mal hast du das symmetrisch gebaut sonst hätte ich einfach gesagt mitten in der mitte in elevator zack ja das elevator kommt sowieso rein so aber darüber machen wir uns das nächste mal gedanken ich habe essen ich habe ein boot ich keine keine die mittlere facke klaue ich mir jetzt so damit ich was in der offhand habe so in welche richtung wollen haben wir jetzt eigentlich nordosten wäre ich für nordost das ist dann da lang da ist ein meer das weiß ich schon oh wartet mal kurz ich will vorher meine level zu hause lassen da erwähnst du was gutes leute ich habe ja alles dabei außerhalb das wäre viel dabei ich habe zwei schilder mit ich habe ein stack fackeln mit ich habe ein bisschen glas mit ein bisschen holz mit ich habe über ein stack essen mit über zwei stacks essen ja essen habe ich auch mehr als genug mit aber ich nehme auch noch gleich mal hier ein paar türchen mit die brauche ich auch noch so acht türen reich nur zwei über 25 level dazu dabei haben bin ich so klug ich habe nur 16 ich hatte 27 und ich habe meine 16 gerade auch nicht mit keine lust zu verlieren und heute treu meine kinder halten die klappe wir können ich glaube ich habe mich nicht das wollen noch hey daco jetzt am stark auch getötet so hat sich was hier oben wäre noch zwei daco also die hier ist ein blitz angeschlagen ok zwar nur in der ersten folge oder zweiten irgendwo daco hier rennen noch ganz viele von deiner sorte rum ich hatte eigentlich die hoffnung dass du mich mit deinem schwert zurück schlägt weil da hätte ich zuschlagen können jetzt ob ich dich mit einem schwert haue ich bitte dich haha ich bin weg scheiße ich musste ja das war ja mitnehmen da war ja was springt bei ihm mit rein und hat mein boot in der tasche kannst du mal sehen es ist so ein kameradenschweines daco hier sind drei bienen auf diesem kurzen land siehst du daco da haben wir doch wieder ein bauprojekt für dich bau einen im karai für was auch immer aber hauptsache du hast was zu tun das einzige diese honig blöcke kann man für irgendwas verwenden für irgendwas kann man die verwenden hier ist noch mehr die sind auf älter gecraft aber seltener was die bienenester naja da ist ja die farben im map auch nie so groß kann man benutzen die slime blocks haben sich ungefähr reich lässt mich die doch gehen oh da kommt ein schöner wald den haben wir aber schon ja aber menschen haben wir noch nicht im netter funktioniert der trick mit dem boot ja der geht hier bloß ab einer gewissen blockhöhe da habe ich mir mal ein video zu angeguckt ich glaube ab blockhöhe 33 geht das also wenn du 33 blöcke über dem bist wo du aufschlagen tust ah allerdings 32, 32, 34 kriegst du wieder schaden ja wo seid ihr denn jetzt ich muss doch kurz ein neues boot craften hier ähm dark offwood ich habe ike aber auch jetzt verloren ich war hinter dir du knallbirne ach so weil wir dort an äh land sind ich hab das team für den skelett gehalten im ersten moment wollte ich sagen ike vorsicht skelett wow und selbst wenn ike hat weniger probleme mit skeletten als ja ja das sieht nach sumpf aus ne ne schade ne sumpf ist vielleicht auch nicht schlecht äh wo ist mein boot hin ich habe ike ja dann hast du denkst ike achso wollt jetzt ernsthaft boot fahren echt ne ich hab halt nur geguckt weil ich das unten in der hotbar hatte und das ist weg das ist ein bisschen kacka das ist ein bisschen kacka da ist ike ich bin über die bäume da laufen äh da ist er hinter uns das ist eigentlich recht groß dieses tag auch ja deswegen müsste hier normalerweise ein menschen sein normalerweise bin aber auch selten aber da ist ja mein server es wird ja keins sein war ja am anderen weit auch schon so äh ich glaub ne menschen könnten wir auch nicht raiden ne die haben ja auch das level system die werden wir niemals tot bekommen die können einen ja so schon beinahe one pitten ne es ist Sand aber leider keine Wüste glaub ich ne 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 hier ist aber trotzdem ganz schön viel sand ich hab kein boot, ich hab kein boot, ich hab kein boot da krieg ich mein boot mal wieder, da steht mein name drauf, da hab ich reingefurzt jetzt hab ich es immer noch nicht, gib mir mein boot ach da gut, nicht alles was unter Wasser leuchtet ist irgendein secret da gibt es ja noch diese Seegurken und wir haben eine Wüste nein, scheiße, fick dich ne Wüste mit Erde und Bäumen meine Render Distanz Option Video Settings läuft auf 16 nur, ich bin bei 32 16 reicht mir vollkommen aus da hinten ist Lava oder Nullitz da haben wir ein Eisbiom auch mal wieder eins uuuuui ja wir hätten Betten mitnehmen sollen wer hat mich jetzt gehauen wer hat schon wieder mein Boot du kleiner Boot ich dachte wir fahren jetzt einmal drum herum ne ich lauf jetzt hier drüber ja klar aber wir hätten halt echt Betten mitnehmen können können wir doch unterwegs noch bauen wenn wir Schafe finden oder spinnen klatschen ich hab ein Crafting Table dabei ich auch viele Coins dabei aber jetzt hab ich auch 25 Stimme das Problem ist nur ich hab Ike jetzt schon verloren ähm ich bin hier beim Schneeberg ich kletter da jetzt einfach mal hoch und warte oben auf euch äh ja ich bin tot wahrscheinlich ich bin tot ich bin tot was? zwei Herzen dann rennen 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 ich bin erstmal eingebaut jo ich weiß genau wo auch mich Klaas mitgenommen hab ähm ich brauch grad ein bisschen Hilfe auch der nächste vor allem du hast die verzauberte Dierrüstung reicht's aber nicht dass ich gegen 5 Mobs stand halte Darko ich hab dich gesehen siehst du mich auch alt? ja ich steh neben dir ist doch super praktisch aber weißt du was? ach ey so ich muss ganz kurz AFK wegen so ich bin wieder da hier wird auch gerade Tag oh der dicke Darko ey wow jetzt schubst mich das dicke Hintern hier runter runter hey das war nicht ich ich war doch was sie uns machen ne du warst vor mir ich bin gegen dich gesprungen das war dein dicker Hintern ey wer sagt das ihr außerdem aus meinem Loch braucht oder kriegt wer sagt das du dich bei uns verstecken darfst genau war mein Loch ich hab alt reingelassen das hört sich wiederum ganz falsch an ja ja Mist ne ne nehm ich den Dortmund kann man sich mit einbauen so wir werden es doch wohl schaffen bis zur nächsten Nacht die Tretten zu kriegen wartet kurz hier oben ist noch mehr zumindest zwei Blöcke äh ne ich hab keine Farben da für Notfallfackeln da kommt ein Sumpfbiom juhu ich wollte grad sagen das sieht auch im ersten Blick sehr klein aus ähm könnten wir ja dann uns Darko hast du dein Buch mit? nup scheiße ja wegen slimeballs die können wir dann hier fahren wenns mal nachts ist CL2 du hast das scheiß Boot ja aber hier sind Delfine dadurch schwimmen wirklich die folgen ja der Person ah aber hier Lillipads nehme ich gerne mit die angeln wir doch die ganze Zeit stimmt wir müssen auf Darko warten nein mein Boot bleib hier ja so CO2 dann gib das Boot lieber bevor du wieder abhaust so danke könnte man theoretisch auch alles rohen glättigen und dann slimechunk daraus machen mit slimechunk nö dann viel Spaß ich werd hier nix glätten naja stimmt geht sowieso einfacher einfach jetzt Spawnei Slime kaufen hab ich da ne so ein Spawnei hab ich doch gar nie drin na so willst du mit oder? ja hier sind keine Delfine leider Gottes ne ich pirscht immer echt forsch voraus ich kann auch warten ne schade ich kann ja auch warten ich kann ja auch warten ich kann ja auch warten ja dann ist hier noch nix geladen da müsste ein versunkenes Boot sein nein was ist denn das für ne hä? vor allem das sah von Weitem wenn das langsam anfängt zu rennen aus wie ein Boot ein versunkenes ja ok Dago du siehst da oben die kleine fliegende Insel mhm du kriegst jetzt von mir die Aufgabe da oben eine komplette Stadt drauf zu bauen mit automatischen Farmen und so weiter ähm ich bin gleich wieder da ich hab ein versunkenes Schiff gefunden wenn mich nicht alles täuscht so wie beim letzten Mal ich kann mich aber auch täuschen das ist ein richtiges da hat er eigentlich eins da hat er eigentlich eins ich werd aber auch einmal dann gleich aus dem Boot rausspringen und mal kurz unter Wasserwelt äh mir angucken äh wo ist es denn hin? da ja das ist eins dass er eigentlich den Vortritt das möchte ja auch sein äh ein paar ein bisschen Papier, Pilze, Karotten oh 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 weg 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 ich habe vier Dingsbumssuppen äh Dingsbumssuppen äh seltsame Suppen meinst du? ich... ne ne ich habe Türen dabei ja ich brauche nochmal kurz ich wollte nochmal von unten schauen da ist ja nichts weiter ne da ist nichts da ist die Tür ich gebe ja hoch und soll ich die Tür mitnehmen? äh nö ich habe sieben Stück und du müsstest sogar eher eingesammelt haben gerade oh sorry oh 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 nein scheiße und die Delfine läuft ich sammle schnell wir haben's Fahrt mal irgendwo an Land setzt man eine Kiste und haut da mal mein Zeug rein ja boah ach das hätte ich all geben können ich habe zu Hause noch ein Respiration Buch hätte ich dir den machen können auf Selm fällt mir jetzt das an du ich habe ein Buch mit Aqua Infinity aber das will ich halt noch nicht verzaubern ich bin gleich wieder bei euch das könnte ein bisschen dauern hast du genug Holz für eine Kiste? ja ne ich hatte noch 25 Holzloks dabei ne die habe ich aber nicht warum bin ich so dämlich? ach bist du als beschützt Stu das ist aber nicht dein Hauptschwert oder? mit Smite doch hattest du nicht ein Bessel Smite? ne schärfe 4 ist das was ich jetzt mit hatte und das war mein bestes ne Smite ist hier in der Kiste Smite 4 naja ist das Schärfe ach ne das ist Scharpness Scharpness ja dann ist mein Scharpness Schwert zu Hause ok ja daran bin ich ja nie gestorben ich bin ersoffen ach da hinten sind Schafe ich hole mir kurz ein paar Schafe dann können wir zwei Betten weg machen hm 3 3 ach scheiß ey ich hab nicht genug dann müssen wir in der nächsten Nacht ein paar Spinnen klatschen ja oder einer lockt sich kurz aus ja ich hab jetzt noch ne ähm wenn wir ein Bonenmeer hätten könnten wir eine Wolle umändern und dann hätten wir passend dann hätten wir es dann hätten wir es hat Harteik nicht in der Kiste äh ist nicht in der Eikiste hier vorne Dings Wolle hatte ich keine die waren Knochen? ne ahne waren Paper ja ein Bit ist besser als kein Bit und bei Light Grey und das kann ich nicht zusammenfangen genau ja ja ich hätte ich jetzt ne Schwert könnte ich die drei weißen Schafe oder vier weißen Schafe hier klatschen ich hab aber nix mitgenommen ich hab mich halt direkt auf den Weg gemacht ja wenn ich mitgedacht hätte CO2 du hast nicht zu viel Eisen gehabt oder? ne ja okay Glück gehabt sonst hätte ich einfach ne Schere bauen können hätte ich mitgedacht hätte ich meine Schere mitgenommen ja ich hab nicht mal eine jetzt schmeiße ich die Wolle weg ein Bit reicht ja dann lockt sich einfach einer aus ähh müsste gleich da sein wir sind hier an der Seite vorbeigepaddelt also du hattest nicht wirklich was mit oder? also Dierrüstung ne Picke ne Axt Schaufel Schwert ähm Crafting Table ein Stack ein Stack Fische Brot ne Fackel Brot fehlt ich hab geahnt den Loot ausm Schiff hatte ich dabei das war das war Papier ähh Lederhose mit Protection ja kurze Frage Protection 4 ist das höchste oder? ja Könnt ihr mir mal ganz kurz die Koordinaten sagen? äh 7000 und 4700 Alter warte mal 4700 hm ich bin ich muss in die Richtung hä? warum? an der exakten Koordinaten stehe ich gerade äh naja ich bin um 1000 Blöcke bei Z in die falsche Richtung und es wird Nacht hier zählt 2 achso sag dein Tag erst ja ich kann doch nicht schlafen ist Tag Tag soo hier kommt jetzt der Sumpf wieder soo hier kommt jetzt der Sumpf wieder drauf ne ok ähm das war minus 7000 4700 das heißt hä? stopp mal so wir stehen am Land wir stehen am Land leuch ich bin jetzt ernsthaft zurückgefahren und oh ich kann schon wieder keine Koordinaten lesen so in die Richtung ja ich kann halt und immer sprinten und hab nur noch 3 Hungerkeulen äh pass du mal eben auch seinen Loot auf wo bist du ungefähr? äh 8000 minus 8200 5200 also noch knapp 1000 Blöcke jemals entfernt ach da kommt glaub der Berg bei dem wir uns versteckt haben da bist du erst ja ich komm dir mal mit dem Boot ein bisschen entgegen was war die erste Koordinate? äh minus 8000 ok und die letzte? äh 5000 ok dann bin ich bei 5000 bin ich jetzt ungefähr also bis weiter in die Richtung ich kann aufs Wasser ja gerade am rand vom tag auch gut ich komme jetzt ja ich sehe doch auch gut ich deswegen ja ich bin hier gerade auf dem wasser cordis jetzt genau minus 8 und plus 4900 also ich bin gerade auf dem weg dahin wo ich ersoffen war ich bin so gut wie in deiner näher was da muss ich jetzt einfach mal ganz kurz hin wenigstens ein erfolgerlebnis was dann mit menschen gefunden aber so ein gespawntes portal was generiert ist und da ist ja eine kiste immer in der hoffnung dass das necken drin ist wirklich überhaupt ein schwert goldblock nehme ich mir jetzt nicht mit ich habe mir jetzt genug gold weil ich bin jetzt bei minus 8000 und minus 4900 ich sehe das ist ich sehe den bütchen ohne da bist du dann lass uns mal hier vorne treffen essen möchtest du gern bin oder nicht gern bin doch das ist mir egal und machst du was ich glaube vergiftung dreimal oder ja einmal bloß für ein paar sekunden wir müssen hier vorne einmal rechts stimmt die sub man hat hier auch noch aus dem boot rausgeholt hier CO2 komm her komm her komm her komm her komm her da geh looten guck mal gerade aus dann fahr du einfach weiter in die richtung in die ich gerade gekommen bin pumpkins hatten wir eigentlich oder schon pumpkins du kannst fragen stellen ja doch die mussten wir ja aus der last minnschaft mitgenommen haben ich hab pumpkins dann haben wir sie irgendwo und wo sei der gleich da wirklich gleich oder erst in fünf jahren gleich minus 7500 und 4800 ne 4700 ja der war jetzt nicht die beste hauptbeugler aber besser als nix würde ich mal sagen ein bisschen also ein lach mit zehn eisen war das geile und ein bisschen toller wo aber der bernste schauen ob du hier in der nähe direkt ist naja dann geluden ist das hier direkt ja das ist läuft von da wo du mich weggeschickt hast zu der kiste exakt da ist die burn treasure map wow also ich lebe grad auf gefährlichem fuß dank den zwei süppchen renne ich hier mit anderthalb herzen durch die gegend warum hast du die suppen gefuttert warum hast du die suppen gefuttert ihm war es egal ob er jetzt die suppen kriegt oder nicht hauptsam was zu essen hc2 hätte dir doch welches geben können ich muss jetzt halt nur aufpassen dass ich nirgendwo runter plumpse äh jetzt müsste ich doch langsamer da sein 300 blöcke gar nicht irgendwo an land gehen wo seid ihr ey doch wenn ich jetzt hier übers wasser dann müsste ich da sein die bielfälle hätte ich gerne optifine du kannst es jederzeit draufschmeißen könnte ich aber wenn ich so falsch ah da ist die doofe kiste wo bist du denn eyk minus 7100 und plus 4600 ok also wenn es kommt noch 100 blöcke entfernt von euch ja warum von euch TH2 ist nicht von euch ja von dir der macht schon wieder sein eigener nee ich hab ihn zu einem versunkenen schiff was überirdisch war geschickt ja die kiste war in ordnung bisschen eisen bisschen emeralds warte mal 4 7 ich bin zu weit ich muss jetzt in die richtung 7000 und 4700 ja ich bin bei 4600 jetzt bin ich gleich bei 4700 jetzt bin ich gleich bei 4700 und minus 7050 am strand ich seh dich ah da hier hier was hast du noch für einen schicken goldhelm den habe ich gerade gefunden den habe ich gerade gefunden das 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 ich muss erstmal was snacken hier das brauche ich jetzt nicht das brauche ich jetzt nicht das rohe fleisch brauche ich auch nicht mein eimer ist noch nicht hier mit drinne respiration respiration würde ich aber anziehen da trinkst du nicht so leid beim lizenfrag ähhhhhhhhh das aber den eimer habe ich nicht kommst du wieder? also irgendeiner hat meinen eimer auf jeden fall ach ja hier der war leer oder? ich glaube ich seh die küste schon den scheiß brauche ich nicht die potatoes brauche ich nicht da ist die aquafin das brauche ich nicht ähhhhhhhhh ach hier die Suppe könnt ihr euch teilen so ich liege das